Na, das habt ihr wohl nicht mehr erwartet, wie? Tja, die einen bekommen Socken zu Weihnachten, die anderen Krawatten und ihr bekommt jede Menge Infos zu Gremlins, kleine Monster. Einem Film, der sich während der Produktion so oft verändert hat, dass er am Ende nur noch etwa 30 bis 40 Prozent des ursprünglichen Skriptes enthielt. Ich habe diesen Film im November 1984 im Kino gesehen und war total begeistert von dieser schrägen Mischung aus Comedy und Horror. Ihn hatte ich eigentlich schon im Zuge des Schoktobers gezogen, aber ähnlich wie bei Aschenbrödel war ich auch hier der Meinung, dass er eigentlich in die Weihnachtszeit gehört. Wenn ihr also wissen wollt, warum Gremlins beinahe ein Sequel zu E.T. geworden wäre und woher Gizmo wirklich kommt, dann solltet ihr dranbleiben. Willkommen beim fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch einen Streifen mitgebracht, der eine ganze Schar von Filmen mit kleinen, garstigen Kreaturen inspirierte und schnell Kultstatus erreicht hat. Der erfolglose Erfinder Rand Pelzer betritt in der Hoffnung, ein Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn Billy zu finden, einen versteckten Antiquitätenladen in Chinatown. Dort entdeckt er ein kleines pelziges Wesen, einen Mogwai, den er gerne erwerben möchte. Doch der Besitzer des Ladens, Mr. Wing, weigert sich hartnäckig, ihn ihm zu verkaufen. Hinter seinem Rücken aber überlässt sein Enkel Pelzer das Tier und gibt ihm drei Regeln mit auf den Weg. Der Mogwai darf niemals hellem Licht ausgesetzt werden, auch soll er auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommen und vor allem darf er unter keinen Umständen nach Mitternacht gefüttert werden. Als der Erfinder nach Haus zurückkehrt, übergibt er seinem Sohn den Mogwai und klärt ihn über die Regeln auf. Billy gibt dem freundlichen kleinen Wesen den Namen Gizmo und verspricht sich an die Regeln zu halten. Doch als er ihn seinem Freund Pete zeigt, passiert dem Jungen ein Missgeschick und er überschüttet Gizmo aus Versehen mit Wasser. Innerhalb kürzester Zeit vermehrt sich dieser daraufhin und fünf neue Mogwais entstehen. Diese sind jedoch nicht so friedlich wie Gizmo. Sie offenbaren schnell ihre bösartige Natur, indem sie den Familienhund quälen und Billy mit einem Trick dazu bringen, sie nach Mitternacht zu füttern. Am nächsten Morgen haben sie sich bereits in eine Art Kokon eingesponnen und entwickeln sich darin zu etwas völlig anderem. Während Billy in der Bank von Kingston Falls seinem Job nachgeht, entpuppen sich die Kreaturen, die sich zunächst Gizmo vornehmen, bevor sie sich mit Billys Mutter anlegen. Sie und Billy können die Bieste alle vernichten, bis auf deren Anführer, der sich von den anderen durch einen weißen Fellstreifen auf dem Kopf unterscheidet. Er kann vor Billy zum nahegelegenen Gebäude der YMCA flüchten und in den dortigen Swimmingpool springen. Kurz darauf laufen die neu entstandenen Kreaturen in der kleinen Stadt Amok. Billy holt seine Freundin Kate, die mit ihm zusammen in der Bank arbeitet, und gemeinsam versuchen die beiden, die Bieste aufzuhalten, da sie nicht auf die Hilfe der Polizei hoffen können. Die hat dem Jungen nämlich kein Wort geglaubt. Billy und Kate finden heraus, dass die Kreaturen sich alle im Kino versammelt haben und dort Walt Disneys Schneewittchen und die sieben Zwerge anschauen, wobei sie einen Heidenspaß haben. Billy löst in dem Kino eine gewaltige Gasexplosion aus, wodurch alle Gremlins vernichtet werden. Alle, bis auf den Anführer Stripe, der sich auf der Suche nach Futter im gegenüberliegenden Kaufhaus befindet. Während Kate sich in die Schaltzentrale des Kaufhauses begibt, um dort die Lichter einzuschalten, verfolgt Billy Stripe, der den Jungen immer wieder angreift und ihm dabei ziemlich zusetzt. Gizmo, den Billy die ganze Zeit in seinem Rucksack bei sich hatte, hat indes in der Spielwarenabteilung ein Elektroauto entdeckt, mit dem er kreuz und quer durch das Kaufhaus jagt. Denn der Kleine ist ein echter Autonahr, seitdem er im TV einen alten Film über Rennfahrer gesehen hat. In der Zwischenzeit ist Stripe allerdings auf einen Springbrunnen gestoßen, der sich in der Pflanzenausstellung des Kaufhauses befindet. Gerade als er sich mit dessen Hilfe wieder vermehren will, kommt Gizmo in seinem Auto angeschossen und schafft es mit einem waghalsigen Manöver eines der Oberlichter zu öffnen, wodurch Stripe dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wird und das Zeitliche segnet. Während die Pelzers sich zu Hause von den Strapazen erholen und im TV die Berichte über die Ereignisse in Kingston Falls verfolgen, erscheint Mr. Wing bei ihnen, um Gizmo wieder mitzunehmen. Er hält den Pelzers ihre Nachlässigkeit vor und will gerade gehen, als er sich plötzlich noch einmal umdreht, damit Gizmo sich von Billy verabschieden kann. Gerührt von dieser Geste räumt Mr. Wing schließlich ein, dass Billy vielleicht eines Tages bereit sein könnte und Gizmo bis dahin auf ihn warten wird. Soweit die grobe Story. Zumindest die Story des Films. Die Geschichte hinter der Entstehung dieses Streifens ist aber mindestens genauso interessant. Der Ursprung des Begriff Gremlins stammt bereits aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals machte man scherzhaft kleine, garstige Kreaturen für die mechanischen Ausfälle in den Flugzeugen der Royal Air Force verantwortlich, die man als Gremlins bezeichnete. Als der Kinderbuchautor und ehemalige Royal Air Force Pilot Roald Dahl, der auch Charlie und die Schokoladenfabrik schrieb, ein Buch mit dem Namen Gremlins veröffentlichte, wurde diese Sage auch einer breiteren Öffentlichkeit zuteil. Walt Disney überlegte sogar einen Film über diese Kreaturen zu machen und sogar Bugs Bunny hatte in dem Kurzfilm Falling Hair von 1943 eine Begegnung mit einem Vertreter dieser Gattung. Aber es sollte noch einmal fast 40 Jahre dauern, bis sich jemand dieses Stoffes annahm, der es eigentlich eher mit Außerirdischen hatte. 1982 war Steven Spielbergs Film ET der Außerirdische ein gigantischer Welterfolg an den Kinokassen und bereits im Juli desselben Jahres arbeitete Spielberg mit Melissa Matheson, die auch das Buch zu ET schrieb, am Skript zu einer Fortsetzung mit dem Namen ET2 – Nocturnal Fears. Darin sollten Elliot und seine Familie von bösen Außerirdischen entführt werden und versuchen, mit ET Kontakt aufzunehmen. Das Sequel sollte also in eine ganz andere, düsterere Richtung gehen. Doch Spielberg selbst entschied sich schließlich dazu, diese Idee nicht weiter zu verfolgen, da er befürchtete, es würde seinem Film ET die Unschuld rauben. Die Entscheidung soll ihm leicht gemacht worden sein, als er das Konzeptskript eines jungen Chris Columbos in die Hände bekam, das potenzielle Interessenten eigentlich von seinen Schriftsteller fähigkeiten überzeugen sollte und nie für eine Verfilmung gedacht war. Doch Spielberg sagte, dass das eine der originellsten Geschichten wäre, die ihm seit Jahren untergekommen sei und kaufte das Skript, von dem er hoffte, dass Tim Burton es für ihn in Szene setzen würde, dessen Kurzfilm Frankenweenie ihm sehr gefallen hatte. Als daraus nichts wurde, bot Steven Spielberg den Stoff Joe Dante an, der mit dem Film Das Tier ebenfalls großen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Dante reizte das Projekt und so fertigte er während seiner Arbeit an unheimliche Schattenlichter, den Spielberg ebenfalls produzierte, erste Storyboard-Entwürfe für Gremlins an. Der Film hatte also mit Warner Bros. ein Studio, mit Spielbergs Emlyn Entertainment eine Produktionsfirma, für die er selbst als Produzent fungierte, einen Drehbuchautor, ein Regisseur und ein Skript, das noch jeder Menge Überarbeitung bedurfte. Ja, das Skript musste so einige Veränderungen durchlaufen, bis es als Drehbuch herhalten konnte. Das lag daran, dass es viel zu düster und brutal war. So sollte zum Beispiel Billys Mutter ihre Begegnung mit den Gremlins nicht überleben und ihm ihr Kopf die Treppe hinunter entgegenrollen, als er nach Hause kommt. Zudem sollte er die Reste seines Hundes Barney vorfinden, den die Kreaturen größtenteils aufgefressen hatten. Außerdem war eine Szene geplant, in dem die Gremlins in einem McDonalds-Restaurant saßen und Kunden aßen statt Burger. Die wohl gravierendste Änderung aber war, dass Gizmo selbst zu Stripe werden sollte, was Spielberg aber strikt ablehnte, weil er den Kleinen bis zum Schluss im Film behalten wollte, um die Publikumsbindung zu garantieren. Bei einer Szene jedoch setzte sich der Regisseur Joe Dante gegen Spielberg und das Studio durch. Die wollten nämlich, dass die Szene, in der Kate Billie erzählt, warum sie Weihnachten hasste und was mit ihrem Vater passiert war, entfernt wird, weil sie sie für den Film als zu traurig und düster betrachteten. An dieser Szene scheiden sich bis heute die Geister. Aber auch wenn Spielberg selbst sie nicht mochte, betrachtete er Gremlins als Dantes Film und ließ sie drin. Wer einen ganz kleinen Blick darauf werfen möchte, was Columbus sich noch so für die Gremlins ausgedacht hatte, der sollte sich mal den Roman zum Film zu Gemüte führen. Denn darin beschreibt der Autor George Geib unter anderem den Ursprung der Mogwai. Diese knuffigen Wesen sollen nämlich von einem Wissenschaftler auf einem fremden Planeten zunächst als sanfte Kreaturen erschaffen worden sein. Es soll sich dann jedoch herausgestellt haben, dass ihre Physiologie instabil war. So soll nur einer von 10.000 Mogwai sein liebevolles Wesen bewahrt und Unsterblichkeit erlangt haben, während sich der Rest in die uns wohlbekannten boshaften und kurzlebigen Kreaturen verwandelt hat. Dieser Ursprung wird auch im Roman zu Gremlins 2 von David Bischoff erwähnt, doch in keinem der Filme wird je darauf eingegangen. Kennt ihr den Spruch, alles hat seine Zeit? Den kann man wohl auch auf die Gremlins anwenden. Denn mit seiner Mischung aus Humor und Horror startete er am selben Tag wie ein weiterer Vertreter seiner Zunft, nämlich die Ghostbusters. Beide Filme liefen am 8. Juni 1984 in den US-amerikanischen Kinos an und lieferten sich zunächst ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Ende allerdings Ghostbusters deutlich für sich entscheiden konnte. Doch auch Gremlins lief durchaus zufriedenstellend und spielte bei einem Budget von nur 11 Millionen US-Dollar satte 153 Millionen US-Dollar wieder ein. Dabei hatte der Film nach seiner Veröffentlichung mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, die weitreichende Folgen nach sich ziehen sollten. Da in den Trailern und Werbeclips hauptsächlich der süße Mogwai gezeigt wurde, dachten viele Zuschauer bei dem Namen Steven Spielberg, dass der Streifen so etwas wie ein zweiter E.T. sein würde und nahmen ihre Kinder mit in den Filmen. Das war in den Starten kein Problem, denn dort gab es damals nur zwei relevante Ratings. PG, was quasi für alle Altersklassen galt, und ein R-Rated, was Filme kennzeichnete, die für ein erwachsenes Publikum gemacht waren. Zur Einordnung, Filme wie der Weiße Hai waren damals tatsächlich PG. Viele Eltern beschwerten sich hinterher, dass ein familienfreundlicher Film beworben wurde und sie einen Horrorstreifen zu sehen bekamen und nicht wenige verließen sogar mitten in der Vorführung den Kinosaal. Das und etwa dieselbe Reaktion auf die Filme Die Rote Flut und Indiana Jones und der Tempel des Todes führte dazu, dass die US-Ratingkommission der MPAA sich mit Spielberg traf, um das Problem zu besprechen. Am Ende kam ein neues Rating dabei heraus, das zwischen PG und R-Rated lag, PG-13, welches bis heute existiert. Mit diesem neuen Rating startete der Film noch einmal rund ein Jahr später, am 30. August 1985, und spielte weitere 59,6 Millionen US-Dollar ein, womit er insgesamt auf ein Einspielergebnis von 212,9 Millionen US-Dollar kam. Doch die niedrige Altersfreigabe machte sich auch bei uns in Deutschland bemerkbar. Hier startete der Film damals am 26. Oktober 1984 in den Lichtspielhäusern und auch hierzulande wurde die FSK 12-Freigabe für den Film stark kritisiert, weshalb Gremlins für die Videoauswertung nach einer Neuprüfung das FSK 16 Siegel bekam. Seine TV-Premiere sollte Gremlins eigentlich am 14. März 1991 um 20.15 Uhr auf Sat.1 feiern. Aber der Konkurrenzsender RTL Plus legte Einspruch dagegen ein und verwies darauf, dass der Film ab 16 Jahren sei, woraufhin Sat.1 in vielen Tageszeitungen eine Anzeige mit dem neuen Ausstrahlungszeitpunkt schaltete, der eine Stunde später, als es um 21.15 Uhr war. Ja, damals waren die Sender noch nicht so bescheuert, dass sie jeden Film bis zur Unkenntlichkeit zerschnippeln mussten, um ihn im Nachmittagsprogramm zu senden. Ja, da waren die 80er einfach geiler. Phoebe Cates stand schon relativ früh während der Produktion für die Rolle der Kate fest. Sie war Dante in dem Film Ich glaub, ich steh im Wald aufgefallen und wohl nicht nur ihm. Nun galt es, den passenden Schauspieler für die Rolle des Billy zu finden. Für die Rolle bewarben sich unter anderem Emilio Estevez und Judd Nelson. Aber am Ende fiel die Wahl auf den relativ unbekannten Zach Galligan, da er perfekt mit Phoebe Cates harmonierte. Als Spielberg einen Test mit Cates und Galligan sah, bemerkte er, dass Galligan bereits in Cates verschossen war und wusste, dass er das perfekte Paar für den Film hatte. Der Rest des Casts bestand aus Künstlern, die bereits einen höheren Bekanntheitsgrad besaßen. Hoyt Axton war nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Country-Sänger und Songschreiber bekannt. Neben ihm als seine Gremlin-zerstörende Frau agierte Frances Lee McCain, die wir bereits ein Jahr später als Lorraines Mutter in Zurück in die Zukunft wiedersehen sollten. Judge Reynolds hatte bereits zusammen mit Phoebe Cates für Ich glaub, ich steh im Wald vor der Kamera gestanden und glänzte im selben Jahr auch in Beverly Hills Cop auf der Leinwand. Corey Feldman war zu der damaligen Zeit hauptsächlich durch seine Auftritte in der Serie Die Bären sind los, sowie die zahlreichen Werbespots bekannt, in denen er zu sehen war. Er sollte noch im selben Jahr als der junge Tommy Jarvis in Freitag der 13. Teil 4 und ein Jahr später in Die Goonies zu sehen sein. Dick Miller, der in jedem Joe Dante-Film mitspielte, rief den Namen der Gremlins auf den Plan und war bereits in Roger Cormans kleiner Laden voller Schrecken als Nelkenfresser zu sehen, bevor er in ca. 180 weiteren Filmen mitspielte. Übrigens gibt es noch zahlreiche Cameo-Auftritte zu verzeichnen, zum Beispiel vom Looney Tunes-Kartonisten Chuck Jones, dem Komponisten der Filmmusik Jerry Goldsmith und von Steven Spielberg, der während der Produktion tatsächlich ein Gipsbein hatte. Und das war natürlich auch wieder nur ein kleiner Auszug. Aber dafür habe ich euch diesmal wenigstens die Synchronsprecher erspart. Zumindest die der menschlichen Stars. Tja, wenn man denkt, da kommt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Synchronsprecher her. Denn die Gremlins mussten ja auch irgendwelche Geräusche von sich geben. Allen voran wäre hier Frank Welker zu nennen, der unzähligen Trickfilmfiguren in der Originalversion seine Stimme lieh. Wie zum Beispiel Ray Stance und Slimer in The Real Ghostbusters, Dr. Kralle, Mad Katze und Fino bei Inspector Gadget und die Marsianer bei Tim Burton's Mars Attacks. Er sprach die Rolle des Stripe und auf seine Empfehlung hin wurde Howie Mandel für die Rolle des Gizmo verpflichtet, die er für die verschiedenen Filmfassungen in den unterschiedlichen Sprachen aufnahm. Als andere Gremlins waren unter anderem Jim Cummings zu hören, der die Originalstimme von Winnie Pooh, Tigger, Carter Carlo und Darkwing Duck ist. Dann ist da Peter Cullen, der Optimus Prime bei den Transformers und Carr bei Knight Rider seine Stimme lieh. Bob Bergen sprach seit dem Film Space Jam unter anderem Schweinchen Dick, Tweety, Marvin den Marsianer und Speedy Gonzales bei den Looney Tunes. Und wer kennt nicht Michael Winslow, der durch die Police Academy Filme noch im selben Jahr weltberühmt werden sollte? Ja und was wäre ein Film wie Gremlins ohne seine Spezialeffekte? Ich sag's euch. Unmöglich. Gedreht wurde der Film sowohl auf dem Warner Brothers Gelände als auch auf dem Courthouse Square und der Colonial Street der Universal Studios in Kalifornien, wo auch die Zurück in die Zukunft Filme gedreht wurden und die man mit reichlich Kunstschnee bedeckte. Für die Darstellung der Gremlins versuchte man es zunächst mit einem trainierten Affen. Doch als der bei der Anprobe des Kopfes in Panik geriet, verwarf man diese Idee gleich wieder. Stattdessen wurde anfangs viel mit Marionetten gedreht, was man in einigen Szenen noch ganz gut sehen kann. Das Aussehen der Kreaturen wurde von Chris Welles entworfen, der auch für die Effekte bei Filmen wie Der Drachentöter, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, Enemy Mein geliebter Feind, Die Fliege und Die Fliege 2 verantwortlich war, bei dem er auch die Regie übernahm. Die Gizmo-Puppen hatten abnehmbare Mundstücke, wodurch dieselbe Figur einen fröhlichen oder auch einen traurigen oder ängstlichen Gizmo darstellen konnte. Für Großaufnahmen wurden die Figuren in groß nachgebaut. Dadurch war eine viel bessere Darstellung detaillierter Bewegungen und Gesichtsausdrücke möglich. Die wachsenden Mini-Gizmos wurden übrigens mit Hilfe von Balance dargestellt. Genauso wie der Gremlin, der in der Mikrowelle zerplatzt. In einer geschnittenen Szene ist zu sehen, wie der Gremlin den Billys Mutter mit dem Messer am Schneidebrett festnagelt, krampfhaft versucht sich das Messer wieder herauszuziehen. Das fanden die Studiobosse aber so grausam, weil es so enorm realistisch aussah, dass sie es aus der fertigen Fassung entfernen ließen. Ein winziges Fragment davon ist aber noch im Hintergrund zu sehen. Tja, da hätten wir nun also einen sehr erfolgreichen Film. Einen Kultfilm, der viele ähnlich angelegte Streifen inspiriert hat. Wieso ist daraus eigentlich kein Franchise geworden? Nun, das könnte eventuell an der Fortsetzung gelegen haben. Das wäre zumindest sehr gut möglich. Denn obwohl das Studio bereits sehr früh nach einer Fortsetzung verlangte, waren weder Spielberg noch Dante daran interessiert, an einem Sequel mitzuwirken. Warner Bros. bestand jedoch darauf, dass Joe Dante erneut Regie führt. Und so sagte er nach jahrelangem Hin und Her schließlich zu. Unter der Voraussetzung, dass er die völlige kreative Kontrolle über das Projekt erhält und das Budget signifikant erhöht wird. Nachdem ihm beides zugesagt wurde, begannen im Juni 1989 die Dreharbeiten in New York City. Und bereits ein Jahr später, am 15. Juni 1990, startete Gremlins 2 die Rückkehr der kleinen Monster in den amerikanischen Kinos. Allerdings kam der zur überdrehten Parodie überzeichnete Film bei den Kritikern und dem Publikum überhaupt nicht gut an, weshalb er bei einem Budget von schätzungsweise 30 bis 50 Millionen US Dollar nur etwa 41,5 Millionen Dollar wieder einspielen konnte. Daraufhin wurden alle Pläne für weitere Filme auf Eis gelegt und abgesehen von reichlich Merchandise, Videospielen, Werbeclips und einer Gremlins-Attraktion im Warner Bros. Movie World gab es lange Zeit nichts Neues von den kleinen Monstern. Bis am 23. Mai 2023 eine animierte Prequel-Serie auf Max Original startete, die den Titel Gremlins Secrets of the Mogwai trug. Die Serie spielt in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und erzählt davon, wie der damals 10-jährige Wing erstmals auf Gizmo trifft und endlich so düster werden soll, wie es ursprünglich beim Erstling geplant war. Laut Columbus soll dabei nur so viel CGI eingesetzt werden, wie unbedingt nötig und der Rest, ähnlich wie bei der Der Dunkle Kristall Prequel-Serie, mit traditionellen Puppen realisiert werden. Wir sind gespannt! Und wenn ihr jetzt noch einige Infos vermisst habt, dann empfehle ich euch am Sonntag mal beim Loserlausch auf Loserinside vorbeizuschauen, denn da gibt es jede Menge weiterer Infos über Gremlins. Und damit bin ich raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine ganz wunderbare Weihnachtszeit mit lieben Menschen, die euch guttun. Und freut euch schon mal auf meinen Weihnachtsbeitrag. Den gibt's nämlich schon am nächsten Freitag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.